Am Ruf war's. Wie geht's da runter? Ich lege mal vor die Malle. Ich lege mal die Startanlage aus. Jetzt sind alle los. Ich bin da auf den Mauer voll auf den Laden. So schlägt man nicht richtig. Einmal auf ihre WG immer ein Stück. Ja, ich mach doch erst welche gerade. Nur so sind nach dem ich manchmal. Und WG wird auf 2 behempft mit Problemen. Wir haben den Turm umgeschubst. Das sollte man nicht tun. Wir stellen noch mal den Stein runter. Wir haben von hier jetzt den richtigen Partei. WG wird auf 1. Hat schon 3 Steine stehen. Schwingen und schmeißt mal 3 runter. Die gleichzeitig ist da. WG wird zurück. Alle gescheitert. Und der 4. Stein. der 4. Stein. den Dringwart 1. WG wird auf 1 Haft. Auf 1 Haft. Und der Dringwart 1. Die große ist auf 1 Haft. Und demnach geht auf 1. Das ist langsam zur Angewohnheit. So und. Der Dringwart 1 hat fertig. Wir machen die Fängnummerkaufs. Alles für uns. Schlecht an, aber da alle anderen. Jenny, du hast Zeit! Danke schön!